Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Limbo So, jetzt müsste es eigentlich besser sein So, ja, die verdammte Spinne hat er nicht platt gemacht Und sind auf die, ich möchte es mal anderen nennen, gestoßen Die uns versucht haben zu töten Warum auch immer, ich hoffe das stellt sich dann gleich oder irgendwann mal raus Und wir sind diesen komischen kleinen Würmern dort Ich möchte jetzt nicht sagen begegnet, sondern Die sind auf uns raufgefallen und haben versucht, dass wir uns selber töten Ja, das ist da zu Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal weiter Hoppala, gut, und schon sind wir erst mal wieder gestorben Das ging schnell Ist mir wieder dran gewöhnen hier Gehen wir es mal hoch So Hier geht es wahrscheinlich runter Hier geht es in so eine Art Kanalisation, wie es aussieht Oh Gott Was man damit anstellen muss Ich bewege das schon mal mit Das werden wir wahrscheinlich gebrauchen Hört sich jetzt ganz einfach mal Was ist das, das Dampf, das Wasser? Oh fuck Oh fuck Oh, das war knapp Oh Ah scheiße, jetzt bleibt das dort hängen Wie weit steigt das Wasser eigentlich Ah ja Gut, hätten wir es geklärt Äh ja Wir müssen dann wahrscheinlich auf das Ding klettern und dann mit hochkommen Gut So, das ist irgendwie mehr Train Euro als alles andere Woher soll man das wissen? Gut Machen wir das Ganze nochmal So Ich würde sagen, lass mal so Dann Zack Und jetzt bleiben wir ganz einfach mal hier drauf Oh bitte Bitte Geh vorbei Geh vorbei Geh vorbei Sehr gut So Jetzt bin ich gespannt Da oben sind Spikes Da oben sind Spikes Äh Da oben sind Spikes Und ich glaube, ich bin tot Hä Wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich denn das Ding so schnell da rüber kriegen? Oder geht das da irgendwo durch? Eigentlich nicht Oder? Eigentlich nicht Ach Gott Hm Mal schauen Schieb, 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 schieb Ich weiß nicht, ob das da durchgehen könnte Beziehungsweise, ob das irgendwie kaputt geht Ich weiß ja halt nicht, wie man das machen soll So Zack Hochklettern Letztes Ding versuchen rüber zu schieben Schätze ich mal Komm schon Ja toll Hä Wie soll denn das funktionieren? Ich stelle das Ding mal hier hin Ich weiß nicht, ob es was bringt Aber mal schauen Wann denn das so schnell rüber ziehen? Das geht doch gar nicht Das funktioniert eh nicht Ich da jetzt schon Oh Nö, geht nicht Hm Wie soll das denn auch funktionieren? Ich bin gerade ein bisschen überfragt Ach man Ach man Ah, ich glaube ich weiß wie Komm, geh vorbei Vielleicht so Oder? Nö Wieso? Mann Wie soll denn das gehen? Oh seh, ist hier irgendwas Ist hier drüben noch irgendwas, was ich vergessen habe? Geh es vielleicht da oben durch irgendwie? Nö Vielleicht möchte ich da irgendwas um vorher präparieren Hm Man sieht näher nicht da noch aus Da oben ist auf jeden Fall Die Leiter Da müssen wir hin Was ist das hier? Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Epic Facepalm Aber Sowas von Ach man Das war so klar Das war so klar Ach man ey So Jetzt aber Ja 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 Ach Gottchen Scheiße Komm schon Komm schon Komm schon So Bis hier bloß nicht ersaufen Ich bei mich mal lieber Aber wie es aussieht Oh Gott Hä? Vielleicht muss ich warten Ah ja Ich hab's geschafft Irgendwas Gefühl Dass es hier trotzdem Steigt Was ist das da unten Angedacht? Ha Da steigt das Wasser Ah Ich wusste es Glaube ich mal Dass das Ding sich jetzt hier nach oben bewegt Dass ich irgendwas vergessen hab Oder es sich nicht nach oben bewegt Hä? Ich bin verwirrt Irgendwas hab ich hier vergessen Irgendwas hab ich hier Ah Alles klar Ich seh's schon So Hä? Aber was ist denn das? Ist das ein Ballon oder? Keine Ahnung was ich mit dem Ding machen soll Ah ja Jetzt muss das Jetzt muss da irgendwie rüber kommen Aber wie? Das Ding platzt doch jetzt oder? Das Ding muss auf jeden Fall rüber Ich frage jetzt nur wie Ja 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 Komm Ja komm Okay Nochmal Beine Ist hier drüben irgendwas? Nö Voll so 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 Und das muss ich jetzt Irgendwie Wie Kriege ich den da rüber? Komm schon Komm schon Ja toll Das bringt mir auch nicht viel Ich hab noch ne andere Idee Alleine dadurch Dass ich den hier so rüber schieben kann Vielleicht Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen Ah ok Komm schon Komm schon Komm schon Zack So Ich hoffe das funktioniert jetzt ey Boah Jetzt fällt bloß nicht runter Sehr gut Gut Problem gelöst Hoffe ich zumindest Boah Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Noch ein bisschen höher Jetzt So Hier geht's jetzt weiter Unten ist ein Schalter Schon Schon wieder Wasser Hä Hä Huh Hm 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 Äh, das hab ich jetzt auch schon wohl verstanden. Aber wie komm ich denn dann wieder zurück? I have ne Idee. So. Zack. Dann das Ding runter. Dann hier rüber. Genau. Schon haben wir das Problem gelöst. Oder auch nicht. Hä? Das Ding muss unten bleiben. Das ist schon mal klar. So. Huh. Das bringt mir aber überhaupt nichts. Ja, toll. Das bringt mir das gar nichts. Jetzt komme ich ja nicht mehr rüber. Oder doch? Doch. Jetzt vielleicht. Ah, okay. Geschafft. Hm, das waren die scheiß Laufen. So, wo geht es jetzt weiter? Ah, das ist schon wieder so ein scheiß Teil. Oh, ich will nicht. Ich will nicht. Ach so, scheiße, ey. Ich will in die andere Richtung. Ich will in die andere Richtung. Arschloch. Hä? Wie soll man das denn verhindern? Ich glaube, ich muss das so timen, dass ich genau hinter dem Dingskin komme. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich muss das so timen, dass ich genau hinter die Kiste komme. Ah, wieder nicht, ey. Denke ich zumindest mal. Weil dadurch... Ja, keine Ahnung. Mann, wie soll denn das funktionieren, ey? Ah, warte mal. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So. Es bleibt doch dran, Mensch. Okay, dann habe ich eine andere Idee. Dann habe ich eine andere Idee. Komm schon. Spring drüber. Komm schon. Sehr gut. So. So, das ist klar. Bringt das mir jetzt hier was? Ah, okay. Jetzt gehe ich hier zurück. Lol. Du bist ein Arschloch. Okay. Jetzt muss ich mich wieder beeilen, mal. Das Wasser höher, ja. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig. Ich habe mich gerade absolut keine Ahnung. Was mir jetzt hier was bringt. Ah, doch. Da das Rohr. Das Rohr, oder? Ja, das Rohr. Das Rohr ist es, was mir was bringt. Ich muss nur warten, bis es höher kommt. Weil ansonsten fliege ich doch noch runter. Komm schon. Komm schon. Ja. 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 Jetzt. Oh, jetzt mal. Ey, das ist ein Arschloch. In der Zeit muss ich versuchen, wieder zurückzukommen. Okay. Ich habe es verstanden. Zack. Dann rüber. Und dagegen. Ah, immer im Licht, im Licht dreht es sich um. Ja. Und jetzt schnell zurück. Okay, habe es begriffen. Habe es begriffen. Jetzt schnell hier rüber. Zack. Zack. Und zack. So. Und hier warten wir jetzt. Auf das Rohr. Alles durchdacht. Und da oben sind schon die Fächer, die das dann abfressen. Sehr schön, sehr schön. Ja, man muss schon ein bisschen knobeln bei dem Spiel hier. Ach, finde ich cool. Fällt mir. So. Damit ist es weg. So, nehmen wir mal hoch. Oh, das sieht gut aus. Das kommt vielleicht wieder in die Oberfläche. Ja. Das ist immer wieder eine Oberfläche. Das Gute ist die andere Frage. Oh, komm mal da rüber. Oder muss ich auf das Wasser warten. Oh, du bist ein Arschloch. Also, hier passiert nichts. Vielleicht muss ich hier drüben irgendwas machen? Nö. Hä? Steigt das Wasser? Oder steigt es nicht? Nö. Vielleicht muss ich auch links lang. Oder vielleicht möchte ich auch rechts lang. Ach, Mann, ey. Ja, aber wo sollst... Wie komme ich da rüber? Das geht doch gar nicht. Oder? Okay, geht. Alles klar. So, was gibt es hier jetzt Schönes? Ah, kann ich da hochklettern? Ja. Oh, oh. Das Ding fliegt doch gleich... Um. Ja. Geschafft. So, es kommt als nächstes. Ey, für eine Scheiße. Ich ahne, irgendwie Schlimmes. Elektrizität. Jetzt möchte ich immer warten, bis das Ding angehen wieder ausgeht, oder? Ja, um. Komm schon. Ach, Mann. Vielleicht muss ich erst runter. Ich geh jetzt mal runter. Ich denke mal, ich muss erst das Ding ausschalten. Oder auch nicht. Gut. Ist doch irgendwo Schwachstein. Nö. Hä, wie soll das funktionieren? Ich denke, kannst du da gar nicht rüberkommen. Warum kann ich hier runter gehen? Das ist die Frage. Ah, so geht's nicht. Nee, das geht nicht. Oder? Nö. Hey, wie soll denn das funktionieren, ey. Die Zeit ist doch viel zu kurz dafür. Ach, geschafft. Oh, fuck. Oh, fuck. So. Ah, okay. Ich hab' verstanden. Zack. Jetzt kann ich hier rüber. Jetzt kann ich den Schalter ausmachen. Oder? Ja. Das ist ja gut. Jetztack.